Hey, ich bin Panta und ich komme aus Mannheims. Und ich würde mich ja für dich freuen, doch ich finde dich scheiße, richtig, richtig scheiße. Ich höre tatsächlich selber super viel Hip-Hop, auch gar nicht nur Deutsch, sondern auch anderssprachig. Und das Projekt war auch zuerst ein Hip-Hop-Projekt und hat sich erst so in die Pop-Richtung entwickelt. Also meine Role-Models ändern sich eigentlich so wöchentlich, aber gerade finde ich super spannend Upsell, Rosalia und Bruno Mars. Bruno Mars hält auch auf jeden Fall für länger als so eine Woche, den finde ich aber krank. Zuallererst möchte ich eigentlich bei mir selber was bewirken, weil ich super viel damit verarbeiten kann, wenn ich Songs schreibe. Und ich finde es aber auch cool, wenn andere Leute sich dadurch irgendwie nochmal besser oder von der anderen Seite kennenlernen und auch vielleicht was fühlen, was sie vorher nicht gefühlt haben. Ich glaube, also wenn man jetzt mal auch im realistischen, ja was heißt realistisch, wäre schon krass so, aber im deutschen Kontext vielleicht, sage ich mal, dann wäre es auf jeden Fall Crow, glaube ich. Ich bewundere eigentlich schon immer, was er macht. Ich finde es einfach krank. Ich fühle mich was schon immer zurück. Und ich hoffe, ich fühle mich